ich bin alle um die wollen nicht reinkommen können aber vor allem und vor allem Ich spiele das Spiel rein. Das spielt meine Zentral einfach mal klar nicht ab. Ich hab hier einmal gefragt. Ja rein rein. Ich kann mich nicht mehr eilen, so wie die Mutterfälder. Wo? Wo? Ich bin hier mit fünf Leuten in meinem Hostel. Ich kann irgendwie überleben oder so. Schießt der Freikantrie, schießt der Freikantrie. Alter. Ja. Eine dumme Sentry, ich schläge erstmal bis dahin. Schläge hier hin. Was ist das Eisen? Der Rohr ist, wenn wir bei uns dahin gehen. Wir können ja richtig geil abgrenzen. Oh oh. Ich habe hier einen Barrel zusammen. Und drei Jugs. Und die werden nicht direkt bei uns. Das ist geil, weil hier Dach ist, können die hier nicht landen. Ja. Ah, zu Recht und hab' ich auch geklappt. Da gibt'n Schüppel! Oh, da kommt ne Jacka auch gleich, gell. Oh, jetzt hat ein Bild ordentlich noch auf den Kopf. Oh, der rennt dann. Der ist zu Jacka, der ist zu Jacka und hat an. Oh oh. Olli, komm, komm. Olli, 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 komm. Olli, da kommen die zwei Jacks. Komm, komm da raus, Alter. Da haben wir wieder runter. Ohhhh. Scheiß Gamehaws. Schon wieder ne Claymore. Ich hab eigentlich gekillt. Gut. So ein Chopper da und so kommt. Alter. Beide bei mir. Chopper da. Alter, die scheiß Claymos. Alter, ich verrede dich fast. Ja, jetzt bin ich noch über mein Kopf. Komm mal raus, Olli. Du bist nicht so stark. Du bist nicht so stark angezündet. Ich hab keine... Ah, Scheiße, keine Flashbang mehr. Ich hab eine Flashbang. Geh weg, Olli. Geh weg, Olli. Wie gesagt. Okay. Der wird 1,4 hochgedacht. Der darf nicht verwertet. Nein, nein. Dann hol dir erstmal selbst, Olli. Brüder. Dann hol dir Mochi. Sooo, String-Gun, der Auge. Aber auch kein Verkäst. Überhaupt mal wegen Geduld euch. Bei dir. Hallooo. Hallooo. Hm? Man kann schon mit DIGA como hier. Also die Fenty 2 nebeneinander stellen, dann guckst du auf einen Eingang, ich guck in die Röhre und die Fenty... Fack, die Fenty sind nicht alleine. Ja, ich muss immer. Okay, halt auf eine gute Stellung. Das ist ja einfach auf dem Boden, man. Das ist ja einfach auf den Boden. gekauft st aber es ging ja richtig gut der vorbeugt abfahrten auskommt und ja ja beim Olli stellen wir die Sentry noch weiter hinter der Schilder blockt mich. Ich komme nicht durch. Loll. Ich bin nicht außen rum, kann man vergessen. Ich kann einfach sitzen, ey. Sie sind dumm, Alter. Ich bin direkt gegen meinen Schilder. Oh, ich habe die Sentry hier unten in Arbeit. Ah, ich glaube nicht. Ah, jetzt ist das gekommen. Zum Glück. Typ 95 ist eigentlich gar nicht so fest. Ach, hast du die ja. Würden wir haben? Nein, 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 nein. Oh, ich weiß nicht. Ich habe eine MG und eine Fahrt. Okay, dann nehmen wir es halt. Ob wir ja einmal alles gekauft haben. Ach so. Ja, stimmt, ey. Da kann man auch nochmal ein Tutorial machen, wenn man das bekommt, weil man muss. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe das eine Sentry-flicke." Ich habe einen einen. Nein, nein, nein. Oh, ich habe es gemacht. Oh, 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 oh. Olli. Die MK-40 EWR-Aubigerung, die heißt doch nicht. Oh, oh, Olli, 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 von hinten. Wow. Oh, mein Gott, ich bin mir schon, Alter. Hast du das Pörfler, oder? Was? Damm. Alter, so wie ich das scheiß Hedis. Sonst wäre ich weiter am offenen Blieben, weil ich das alles schön filmen kann. Läuft ja noch an. Ich glaube, jetzt kommen wieder Charmeds auf dem Blieben. Okay. 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 flavors, und dann hast du eine. Vielleicht cool. Genau. Und ich hab das alles dagegen vermute, oder? Das hat meine Geräte, oder? Ich habe das nicht. Das ist nicht ein Bären auf dem Boden, der verflüllt. Oh der Hintlacker und Böll gibt dann fallen die erst mal auf dem Boden können Alter, die Typen mal zuerst richtig gut Oh, Verklärung! Die war auch verdammt gut Geht nicht um 30, alles gut Werden weg? Der ist der Klamour Ich mach mal scheiß Klamour Ich mach die Klamour Ich hätte sie dann sogar zurückstellen, dann kann ich sie vielleicht nicht töten Ich mach' noch mal mehr Ich mach' noch mal mehr Ich mach' noch mal mehr Ja, so vor die Schaun Oder fokken Schaun Ich hab' noch wenig Z4-Laden rausladen, doch gerade Von hinten kommt ein Z4-Oli Ich bin jetzt Z4! Noch'n Z4 lebt mir auch einer Ah, ich war die ganze Schemperung hier Oh, 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 oh! Geh weg, geh weg, geh weg! Hier ist sie hier! Geh weg! Er ist dauernd. Schon hart. Ja, wir werden Sentry kaufen, aber ich habe eine Predator. Verdammt, das ist dumm. Boah, da sind wir ja schon. Pack, 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 olli, 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 olli. Nein, ich bin da. Ja, 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 ich bin da. Das ging aber richtig ab jetzt nicht. Oh, mein Geld ist ein. Ja, ich bin da. Oh, nein, das ist schon mal. die vorliegen das gibt es doch nicht sie kommen schon zu schnell sagt wird er gehört der habe ich aber auch jetzt nicht weil ich den Zeitraum schon er ist doch am Morgen die Kunden Das war gut. Ja... Alter... Naja... Das war wohl nicht so... Epic, aber... Jo... So, das war zu Ende, ja...